Komme nicht zu spät. Der Herr kommt bald, kann sein im nächsten Augenblick. Was wirst du tun, wenn du dann hast gemerkt, dass die Gemeinde auf einmal ist entrückt? Und kannst nicht ändern, niemals dein Geschick, wenn die Gerechten dann sind von der Erde weg. O ruf zu Jesu um dein Seelensheil, er ist zu spät und alles ist vorbei. Flehe um Vergebung und werde völlig frei. Er wird dir Freude geben und du wirst glücklich sein. Amen.